Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Uncharted 3, Drake's Deception. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und ja, wir müssen jetzt hier dieses Dings aufstellen. Also ich habe gesehen, wie das geht und um meine Zeit, ich habe einfach nicht den Knopf gesehen, das war richtig schlecht von mir. Ich bin drin, die Frage ist wo. Ich komme auch, Sully. Ist das eine Pop-Kart-Maschine? Äh, sieht so aus. Ah ne, ist eine Uhr oder sowas. Sehen wir es auch. Müssen wir nach unten? Alter, was ist hier los? Hä, das ist so eine übelst moderne Küche. Was ist denn hier los? Und hier ist Wasser. Komme ich hier nach oben? Ja, kommen wir. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr solche rieselartigen Wege. Hier waren wir, glaube ich, nicht. Nein. Dort lang. Gut, dann gehen wir mal zum Turm. Die Frage ist, ob Talbot und so auch hier sind. Aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Weil die wissen ja nicht, dass es bis hier hingeht. Lol. Hier geht es nicht weiter. Was ist hier oben? Gar nichts, oder was? Ja, scheinbar nicht. Digger, wir sind von so einer kleinen Höhe gefallen. Hä, wir sind von hier nach unten gefallen. Aber ich frage mich gerade wirklich jetzt, wo es lang geht. Vielleicht nach unten oder sowas. Das ist eine Tür. Durch die Tür geht es aber nicht durch. Hier unten vielleicht. Nein, hier ist nichts. Doch. Na, aber da geht es nicht weiter. Hier würden wir wieder zurückgehen. Also hier war es schon richtig, ne? Doch, hier war... Ach, aus dem Fenster raus. Warum schaue ich denn nicht? Oh, fragt der, was geht hier ab? Und es ist gerade ein bisschen dunkel hier. Ich sehe fast gar nichts. Okay, wo jetzt hier ist, ist... Ich glaube ich, der falsche Weg. Ja. Wir müssen wieder raus vielleicht. Nee, ne? Nee, 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 nee. Man muss auf jeden Fall hier rein. Das steht ja hier. Ich meine, es kann ja auch zur Dekoration stehen. Den, glaube ich, aber niemals. Und das können wir heben. Ich glaube, hier kommen wir durch. Komm, Sally. Ui. Boah, Digga, wie der Sally da durchgekrochen ist. So wie so ein Hamster. Okay, hier haben wir... Hey, nee. Es lässt sich das halbe Gebote auf dem Baum. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. Nein, Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Zu einfach. Hey, sieh mal, Ritterrüstung. Ah, Johannes hat schon so etwas geschrieben. Okay. Ich glaube, jetzt kommt ein kleines Rätsel. Ja, hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Mordenstern. Wie die hier in dem Raum. Okay. Okay. Axt. Okay, das erste ist eine Axt. Dann das zweite. Vielleicht müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Okay, mal umhören, mal. Okay, die Axt. Der muss dann so schauen, oder was? Der hier. So, und nochmal. So, das stimmt, glaube ich. Okay, der war das mit dem, der Typ mit dem Schild. Das gibt halt zwei Schilder, Mensch. Du möchtest, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nichts... Obwohl, nee, warte mal, komm, stopp mal. Hallo. Oh ja, ja, es geht nicht, muss ich halt drehen. Okay. Der Dude mit dem Schild in der Hand. Das ist... Ah, das ist der. Ah, okay, 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 okay. Ja, der muss... Der muss so sein, ja. Der muss so, das ist ja auch richtig. Was ist mit dem hier? Der hat so eine Axt. Der sollte eigentlich auch so stehen, normalerweise. Jetzt muss ich natürlich hier mal gucken. Das ist das Schwert. Ah, diese Musik hat mich übelst erschrocken, ne? Okay, das muss... Der kann das mal leiser, bitte sein. So, richtig? Wir gucken gleich mal. Ne, ich glaube, es ist sogar hier andersrum. So. Da müssen wir den anderen aber auch nochmal bewegen. So. Okay, und der hier muss auch so bewegt werden. So, und gleich nochmal. Okay, ja, irgendwas stimmt nicht. Können wir nicht einfach hier weiter, man? Mich juckt es vielleicht nicht. Ne, können wir nicht. Ist hier vielleicht ein Schatz oder sowas? Würde mich echt freuen. Aber hier ist scheinbar gar nichts. Ne. Irgendwas war mir falsch. Jetzt überlegen wir nochmal kurz... Ist auf jeden Fall nicht so einfach. Eigentlich sollte es schon mal richtig sein. Ich probiere irgendwas aus. Ich bin gerade ein bisschen stuck. Aber bei dem da... Ah, ja, jetzt verstehe ich. Der Ritter mit dem Schild, Schatten, Schatten, Schatten und so weiter. Weiß schon. Okay. Der muss den anschauen. Okay, okay. Ah, oder? Stimmt das schon? So, Moment mal. Ich will abbrechen. Hallo? Jetzt ist es wieder falsch. Das ist richtig kacke, dass man das nicht abbrechen kann. So. Wenn Sully das so meint... Ach, Moment mal. Okay. Der mit dem Schild, der schaut die Axt an. Oh, der mit der Axt, der schaut den Schild an. Ah, mein Gott, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es, Leute. Weil ich habe mich echt gewundert, was das mit diesen Teilen da sind. Okay. Gut, das ist der mit dem Schwert. Und wer schaut den an? Oder er schaut, das ist der mit dem Schwert. Der schaut die Axt an. Also einmal drehen hier. So. Und der hier... ...mit diesem Teil schaut wieder den Schild an. Ah, okay, ich verstehe schon. Okay. So, das war's. Oh, mein Gott, Digga. Okay, das ist richtig, Sully. Okay. Ich drücke, wenn du ziehst. Auf gleich, ja? 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Äh. Zieh einfach. Äh, Sully ist der beste Schild. Yo. All missed. Hey. Hey, ist okay? Ja. Oh, mein Gott, das ist Spinnen. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich geh da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Hey. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. 9 Minuten, dann spiel ich ein bisschen weiter. Da waren aber gerade Spinnen und ich hab gar keine Lust hier unten zu sein. Was ist das für ein Geräusch? Haltet mal eure Fressen, ihr Scheißspinnen. Ich hab gar keine Lust auf die. Fuck, ich sackerst und ne, ich hier lang. Boah, hier wäre Charly niemals lang gegangen. Heilige Scheiß, ich höre das schon wieder. Oh mein Gott, kacke. Weg mit euch. Boah. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Mögt ihr Spinnen? Ich zum Beispiel gar nicht. Okay, Kreis, 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 Kreis. Schwimmt doch durch. Ah, okay. Boah, okay. Hä, sind wir jetzt bei einem... Sind wir jetzt bei dem Gleichen, noch immer? Nee, hier geht's weiter. Ist grad ein bisschen verwirrend gewesen. Aha, okay. Ach, und hier können wir dann hoch. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Möglichst spinne ich gar nicht. Aber ich hab jetzt auch keine Arachnophobie ab. Lass mal nochmal hochklettern und dann beenden wir den Part. Ah, okay, perfekt. Oh Mist. Nicht laut. Boah, shit. Ich hoffe, dass es auf die ein oder andere Spinne gefallen. Was? Sie sind hier irgendwo. Talbot. Okay. Talbot ist scheinbar hier. Keine Ahnung, ob Malo auch hier ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die ist in Syrien. Na gut, Leute. Dann war's das hier mit dem Part. Wir machen das nächste Mal weiter. Bis dann. Ciao.